Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielzeugkompakt. Heute geht es um das Thema HomeKit überall. Viel Spaß! iOS 11 ist jetzt einige Wochen draußen und die Änderungen an HomeKit schlagen sich in den ersten Software- und Produktupdates nieder. Ikea wird wohl in den nächsten Tagen sein Trottfrüh-Update rausbringen, mit dem die Lichtsteuerung dann auch mit HomeKit und mit Amazon Alexa spricht. Wenn das Ganze draußen ist, soll in Kürze auch das Update für Google Home folgen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall sehr spannend. In der Zwischenzeit hat Ikea schon mal eine RGB-Lampe veröffentlicht. Fehlt noch ein Lichtschlauch, um so auf Beleuchtungsebene wirklich gleichzuziehen mit Philips. Aber so rein leuchtmitteltechnisch ist da kein großer Abstand mehr zwischen den beiden und das Ganze eben deutlich günstiger. Aber auch Philips hat nicht auf den Händen gesessen. Da Apple ja jetzt nicht mehr darauf besteht, dass Hardware-Chips in HomeKit-Geräten verbaut sind, hat Philips ein Update für die Version 2 der Bridge rausgebracht. Das ist die, die mit den abgerundeten Ecken, die so aussieht wie ein App-Icon. Dafür gibt es jetzt ein Update, das es ermöglicht, dass sowohl der U-Tab als auch der Dimmer-Switch mit HomeKit funktionieren. Und das Update ist ganz cool. Also bei beiden Geräten werden alle vier Tasten dann als separate HomeKit-Tasten benutzt. Das bedeutet, dass bei dem Dimmer-Switch die Dimmer-Funktion hier wegfällt. Man dafür allerdings vier Tasten zu belegen hat. Und was das Ganze ermöglicht ist, dass man eben nicht nur wie bisher mit diesen Schaltern ausschließlich U-Systeme schalten kann, wie zum Beispiel die Lampen, die hinter mir stehen, sondern eben auch andere HomeKit-Geräte und damit auch Bedingungen anbinden kann, die zum Beispiel aus Bewegungsmeldern kommen und so weiter, die eben nicht von Philips sind. Oder eben Steckdosen anderer Hersteller steuern. Und das ermöglicht mir zum Beispiel das Setup in der Küche, wo ich extra eine Logitech Pop-Taste angeschafft habe, um die U-Lampen und die Elgato Eve Energy-Geräte gleichzeitig steuern zu können. Dafür brauche ich jetzt kein Logitech Pop mehr. Dafür reicht diese eine Schalter. Und das bedeutet in meinem Fall, dass ich wieder eine Bridge in den wohlverdienten Ruhestand schicken darf, was aus Stromverbrauchsgründen ganz nett ist. Die Schalter selbst sind günstiger, sehen mehr aus wie wirkliche Lichtschalter und haben eben die Möglichkeit, vier Aktionen mit wirklich separaten Tastendrücken auszulösen. Das ist beim Logitech Pop eben ein bisschen anders. Da habe ich an mit einem Knopfdruck, Doppeltab für aus und lang gedrückt halten für eine dritte. Und hier kann ich dann eben in der Küche sagen, an, aus und hier zwischen irgendwie Festbeleuchtung, sodass die Arbeitsplatte mit angeht. Theoretisch könnte das auch ermöglichen, dass zum Beispiel die Osram Leuchten auch an den Philips Bridges mit HomeKit funktionieren. Ich bezweifle allerdings, dass Philips wirklich ein großes Interesse hat, anderen Herstellern die Möglichkeiten zu geben, auf seiner Plattform zu scheinen. Ein riesiges Update ist das Ganze auch für den Kollegen hier, den Philips Hue Bewegungsmelder, der jetzt ebenfalls komplett in HomeKit zur Verfügung steht. Und das einerseits mit dem Bewegungsmelder, dann hat er ja auch noch den Lichtsensor und eine Temperaturmessung, die bisher offenbar einfach nur verbaut, aber nirgendwo genutzt wurde. Und das macht dem Elgato Eve Motion ordentlich Feuer unterm Hintern. Ich glaube, bisher der einzige Bewegungsmelder in Deutschland zumindest für HomeKit. Ich habe das ja in dem Video zu den beiden schon gesagt, der Größenunterschied. Der Preisunterschied, der kostet 13 Euro mehr pro Sensor. Der hier hat jetzt mehr Sensoren, ist kleiner, günstiger und die Schaltzeiten sind deutlich besser. Also aus meiner Sicht für jeden, der eine Philips Hue Bridge sowieso schon bei sich in der Wohnung hat, ist in Zukunft die Antwort relativ klar, welchen Bewegungsmelder man sich zulegen sollte. Das bedeutet aber nicht, dass ich zwangsläufig irgendwas ändern muss. Wenn ihr irgendwas eingerichtet habt, funktioniert das sowohl für die Schalter als auch für den Bewegungsmelder von Philips Hue genauso weiter wie bisher. Nur wenn ihr in HomeKit dann auch noch was einstellt, dann überschreibt es sozusagen die Funktion. Und wenn ihr in HomeKit diese Aktion wieder löscht, greift wieder das, was ihr vorher in der Philips Hue App eingestellt hattet. Mit den aktuellen Updates baut Philips seine sowieso schon recht gute Position dann doch noch ein bisschen weiter aus und ist dann, auch wenn Ikea aufholt, mit dem Update, das vielleicht dann in den nächsten Tagen rausfällt, ist Philips dann doch noch ein bisschen weiter. Also es gibt doch ein paar mehr Geräte am Markt, die Dinge ermöglichen, die mit dem Ikea System einfach im Moment nicht gehen. Und endlich lassen sich eben auch Sachen in das Philips Hue System integrieren, also Steckdosen anderer Hersteller oder andere Sensoren. Und das ist doch schon ein recht großer Pluspunkt und ermöglicht dann doch auf Philips Hue Basis mit am meisten zu bauen im Moment. Ich bin aber auch gespannt, das Trottfrüh System wieder hier irgendwie zu verteilen, sobald das Update draußen ist, um mal zu gucken, was damit jetzt möglich ist, wie sich vielleicht auch die App entwickelt hat. Da wird es in naher Zukunft vermutlich auch ein Update geben. Also wer das nicht verpassen möchte, auf jeden Fall den Kanal abonnieren. Und bisher stimmen die ersten Wochen mit dem neuen HomeKit und der iOS 11 dann durchaus positiv. Also es scheint ein bisschen mehr Bewegung in den doch recht trägen Markt zu kommen. Die Konkurrenz zwischen den verschiedenen Systemanbietern kann sicherlich nicht schaden, dass vielleicht auch Elgato sich überlegt, wie man da noch ein bisschen was rausholen kann. Die Updates sind da auch schon ein bisschen länger versprochen, hat sich bisher leider noch nichts getan, was die neue iOS 11 HomeKit Geschwindigkeits-Update-Möglichkeit angeht. Wir werden sehen, was da in den nächsten Wochen noch auf uns einprasselt. Bisher fühlt es sich ziemlich gut an und wird es mir erlauben, hier in den nächsten Tagen mein Setup in der Wohnung durchaus etwas einfacher, günstiger, komfortabler zu machen und vielleicht auch übersichtlicher. Auf jeden Fall bleibt es weiter spannend im Smart Home-Markt. Wer das Ganze nicht verpassen will, wie gesagt, Kanal abonnieren. Wenn ihr noch Fragen zu Trotflu, zu dem Elgato Eve oder den Philips Hue Sachen habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen oder vielleicht sogar weitergeholfen hat, lass gerne ein Like da. Ansonsten habe ich hier weitere Videos zu Trotfru und You und hier sonst das beste Video, was du dir auf jeden Fall als nächstes angucken solltest. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.